Musik Hallo, hier sind Silvia und Chris. Ja, mit dem Wohnmobil nach Schleswig-Holstein an die Nordsee. Das war und ist jetzt unser Ziel im März. Und wir sind jetzt hier, ich glaube, bei Deutschlands berühmtesten Leuchtfeuer, Leuchtturm auf Westerheber. Es ist kalt, aber es ist frisch und das macht es einfach wunderbar. Alle paar Minuten passiert hier was anderes. Regen, Sturm, Hagel, einfach herrlich. Norddeutsch herrlich. Als wir diese Bilder im März letzten Jahres aufgenommen haben, da haben wir noch nicht im Traum dann gedacht, eigentlich einen Wohnmobilkanal auf YouTube zu eröffnen. Und deswegen lagen diese Bilder im Archiv. Und ja, wir finden sie so schön, dass wir uns jetzt gedacht haben, das muss auch noch unbedingt in ein Video. Und ich glaube, wir brauchen gerade jetzt alle so ein bisschen Ablenkung in dieser schwierigen Zeit. Und da sind aber schöne Landschaftsaufnahmen sicherlich geeignet für. Was wir an der Nordsee lieben, ist halt einfach dieser weite, offene Himmel. Hier der Leuchtturm Westerheber Sand, 1908 in Betrieb gegangen. Diese Weite. Und im März, es war verdammt kalt. Also wir sind an manchem Tag dann zurück zum Wohnmobil und waren so richtig schön durchgefroren vom steifen Wind. Es war nicht gerade sehr warm, aber es war schön. Und im März, es war schön. Und im März, es war schön. Und im März, es war schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020